. 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 Was ist das? Was machst du? Das sind die Waffen. Wie? Wow! Ich hab keine Ahnung was ich mache. Ich schlag gerade nur. Kann ich auch schießen. Und wie wählst du die? Mit dem R3. R3? Ich kann nichts wählen. Umwähl, umdrehen. Weil kannst du vielleicht noch nicht. Ne, das kann ich noch nicht. Ich will nur einen Roboter, der nix kann. Ich kann rennen, schnell. Hab ich vielleicht schon andere Waffen, weil ich schon mal gespielt hab? Kann sein. Ich habe einen Doppeljump. Ich hab noch nie. Du kannst nicht mehr. Du bist da nicht. Ich kann nicht mehr. Bolts erübte hier. Bolts? Um zu sehen, dass Bolts total. L2, L2. Ääh. Okay. Kann ich aufladen? Achso, da hoch. Ah, hold. Oh, das ist... Oh, shit. Mein Gott. Das ist leichter, wenn man alleine spielt, weil da hat man nicht jemanden, auf dem man dich verlassen muss. Da verlässt man nicht einfach den Computer. Was ist das? Du kannst nicht schießen mit der R1 oder was? Ja, okay. Komisch. Kann rennen, sagen Sie. Schnell rennen. Und schlagen. Was konntest du am Anfang letztes Mal? Ich weiß nicht mehr. Aber schießen? Ne, vielleicht auch nur schlagen, ja. Kann auch schon sein, ja. Danke mal. Geht, dann warte ich halt. Ist ein bisschen doof gemacht. Ist ein New Game einfach, oder? Ja, aber ne, Create Game. Das ist ja das Problem. Achso. Shit, also. Das sind Kinderspiele. Kann man wahrscheinlich schon ein bisschen vorbeitreffen. Ah! Explosion! Ne, what? Oh, hast du da hochgeschossen? Was? Guck mal. Ah, ne, vorher hat es plötzlich einfach ganz hochgeschossen. Achso. Boots sind geschert, oder? Boah. Neee. Neee. Neee, sind sie nicht. Acht. Ich versuche ja jetzt. Oder Das ist jetzt ja noch nicht so schwierig. Das ist cool, das ist ja ein Kompetitiv-Game. Kann man schmeißen. Das ist ja ein Kompetitiv-Game, meine ich. Ist es. Also wir... Also weil wir... Wir zahlen ja nicht Boats. Hätte wir das anders machen sollen. Nein, nein, nein. Das gibt's halt nicht anders. Ich meine, dass das Spiel selber in sich ist ein Kompetitiv. So, schau. Das ist unser Leben. Oben, links. Das muss man gleichzeitig machen. Oder nicht gleichzeitig. Nachanander. Oh, shit. Shit. Verdammt! Verdammt! Ich stell mich jetzt runter. Ich glaube. Du bist gut. Du bist gut. Oh, nice. Bin ich das? Ich glaube. Ja. Es geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich mag ja gerne das Spiel eigentlich. Ja. Es ist gerade ein bisschen zu hell. Das Ganze. Ja. Also die Farben. Ich weiß nicht was du willst. Wo kann ich den nicht einfach so schießen? Doch nicht. Wen retten wir jetzt den da oben? Was? Was? Ah! Was? Ah! Ja. Ja. Wollen wir runter? Bist es so gedacht? Wollen wir runter? Wollen wir runter? Ist das nicht und schwierig? Das ist nicht so schwierig. Das ist ein tolles... Tolle Stadt, wo das Taxi so ist, dass man es selber steuern muss. Keine... Unfälle. Nein, gar nicht. Und dass die Polizisten... ...Polizei genau da reinfährt, ist ja auch sehr... Sehr gut. Scheiße, ich tue da einen R3 mit einem Stick. Machen wir, machen wir. Oh, shit. Was machen wir? Was ist das Problem? Können wir da reinfingen? Nein, das ist ein Schild. Oje! Das machen wir was. Nein, wir können nicht. Wow! Waaaaaah! Kann man nichts machen. Wieso? Man kann doch auch noch längst und rechts. So ein bisschen. Huh? Das ist tief. Ja. Das ist tief. Die ist tief. Das ist tief. Das ist tief. Das ist tief. Wir müssen uns einfach mal aufzunehmen. ein bisschen leichter wenn man aus dem schießen hat hier ich habe ja aus dem schießen was soll der boomerang ding da boomerang ding da war gern das tagelings system ist ziemlich fliegend ja das ist okay